hallo liebe freunde und willkommen zu einem kleinen update und zwar zu meinen ich habe mir vor knapp zwei wochen das knie operieren lassen warum auch immer und kann deshalb momentan leider keine games stehen spielen weshalb es in nächster zeit leider auch keine videos dazu geben wird mal gucken vielleicht finde ich irgendwas schlaues was man auch sitzen spielen kann ansonsten ja gibt es momentan leider nichts auf meinem channel das zweite im letzten unboxing der fallout crate wo habe ich denn hier war ja dieses kleine schächtelchen mit drin und das ding war leer ich habe mich dann kurzerhand an den loot crate support gewandt und ihnen die situation beschrieben bla 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 und der nette herr meinte dann ein zwei tage später ja kein problem sie würden mir das teil setzen und ich müsste etwa zwei bis drei wochen warten ja gut heute ins postfach geguckt und da war ein päckchen aus kalifornien oder so und da bin ich jetzt gespannt da müsste eigentlich mein ersatzteil drin sein so ihr seid zeuge ihr original verpackt die schachtel ist schon mal die richtige immerhin und ich mache diesmal so auf dass man ständig im bild hat nicht dass es heißt der hat das da geklaut oder keine ahnung was wir gucken rein und sie ist drin so dann gucken wir jetzt mal schnell wenn ich hier irgendwie dass die figur so wie sie momentan besteht aus den teilen die wir bis jetzt bekommen haben und die waffe die kommt erst mal schnell den arm weg und dann müsste die eigentlich hier hineinpassen wunderbar und dann den arm wieder dran so perfekt und dann haben wir unsere power armor mit waffe ja gut ähm das als aktuelles update von mir ähm ja an dieser stelle vielen dank an loot crate für den reibungslosen austausch von diesem teil also austausch weiß ich nicht ersatz und ja falls ihr fragen zu irgendetwas habt oder anregungen dann meldet euch in den comments und anschließend ansonsten sehen wir uns beim nächsten video unboxing lets play keine ahnung wir werden sehen ich wünsche euch was bis dann euer mellow ich wünsche euch was bis dann euer mellow Vielen Dank.